Hey Leute, kurze Info bevor das Video losgeht. Ich habe mich gerade, oder ich werde mich gleich am Anfang entschuldigen dafür, dass die Audioqualität wieder so beschissen ist. Ich weiß nicht wieso, ich habe den Audio mit OBS aufgenommen, weil ich ja nicht noch Facecam hatte und so. Und da hat es irgendwie trotzdem nicht mit meinem Mic aufgenommen. Ich weiß nicht genau wieso, ich hoffe es gefällt euch trotzdem, ist jetzt wieder relativ scheiß Qualität. Aber naja, ich hoffe es wird in Zukunft nicht mehr auftreten. Es tut mir wirklich leid, auch die ganze Zeit diese Fehler und alles mögliche. Aber dazu kommt morgen noch ein Video, wo ich alles nochmal ein bisschen mehr sage. Allgemeinere Infos. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dieser Folge Chalupi, trotz ein bisschen schlechter Ton. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chalupi. Erstes Mal, ich hoffe die Audioqualität ist ein bisschen besser als letztes Mal. Weil es irgendwie ja früher wieder mit dem Facecam aufgenommen hat. Obwohl das Thema wie gar nicht an war, keine Ahnung. Und auf jeden Fall heute ist es besser. Und als zweitens, ihr seht jetzt oben den Rahmen, da habe ich jetzt das Cam vorbereitet. Und die scheiß Facecam stößt einfach die ganze Zeit auf an. Es nervt. Und ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Weil ja, wir spielen jetzt erstmal auf Chalupi. Wenn es gibt ein bisschen Geld. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich fang mich halt einfach ab, weil ich will euch Videos machen. Und ich finde auch, ich würde es viel besser schneiden, wenn man eine Facecam hat. Aber was soll ich denn machen, wenn die alle immer, wie sie sich startet, ne? Dann kommt das Bild und dann steht direkt wieder Hücke bei. Dann stößt es direkt wieder ab. Oder es schaltet sich automatisch wieder aus. Und es nervt. Und ich weiß nicht wieso. Oh, der war da mal relativ viel mehr. Ach man ey. Das ist wirklich scheiße. Wahrscheinlich ist die Audioqualität auch wiederkommt. Scheiße, weil das Mikrofon übel leise anzeigt. Geno wäre es. Hoffentlich nicht. Leute, ich habe jetzt hier noch den Tank kurz. Ich nehme jetzt mal das Pormonim mit. Diese zwei Kisten von der Sache. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir insgesamt jetzt bekommen. Wir haben jetzt mittlerweile 300. Wir haben aber immer noch kein Geld. Oh, jetzt habe ich das schon gemacht. Ich wollte dem Wein nicht alles verkaufen. Scheiße. Leute, wir haben jetzt insgesamt fast über 300. Ich gehe jetzt mal kurz gucken, wie viel das der Motor noch kostet. Der beste. Und dann werden wir den vielleicht sogar heute schon kaufen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Als ob, Leute, guck mal. Als ob. Wir können den kaufen. Ja, wir haben den besten Motor. Haben jetzt von allem das Beste. Dann würde ich sagen, fahre ich jetzt mal noch zurück. Und ich glaube es nicht. Wir haben sie jetzt eigentlich durchgespielt. Also komplett. Es gibt ja noch zwei, drei Verbesserungen, die wir uns noch holen könnten. Aber sind dann alle relativ unnötig. Alter. Ich würde sagen, wir reparieren jetzt mal alles komplett. Wir füllen den hier immer noch auf. Und dann, ja, fahren wir weiter. Ich glaube, ihr seht, das war es jetzt noch nicht ganz aufgefüllt. Aber egal. Hier ist das fast alles komplett repariert. Der Bank ist auch voll. Da wird auch fast alle. Oh Gott, das ist schlecht. Das ist alles bis auf diese Eintiweifflasche hier noch nicht verkauft. Wegen ist das heute wahrscheinlich die letzte Folge. Weil wir ja eigentlich, ja, wirklich alles gemacht haben. Ich gucke mal kurz wegen der Route. Vielleicht geht ja der Preis noch ein bisschen hoch. Ach stimmt, Leute. Ich kann ja hier gar keine Route mehr nehmen. Wir können jetzt nach Hause zurück. Oh, wieder dieser nervige Wecker. Ja, halt. Leute, ich habe jetzt unsere Leike wieder mal auf Vordermann gebracht. Auch schön geputzt. Okay, relativ schön geputzt. Auch noch mal das Wasser ein bisschen aufgefüllt. Also, ja, wir haben jetzt halt, ja, wir sind jetzt halt durch, ne? Also, ich muss sagen, Chalupi war ein cooles Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch im Schnitt. Auch, äh, zum Glück nicht so extrem aufwendig. Ja, leider gab es immer wieder viele Probleme bei den Aufnahmen. Einfach unter Facecam. Ich hoffe, das wird in Zukunft nicht mehr so oft vorkommen. Hoffe ich wirklich. Und, ja, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge mit Chalupi? In Zukunft kommt wahrscheinlich ein bisschen mehr Hitman. Und, ja, noch ein paar andere Spiele. Formel 1, dies, das, Ananas. Äh, ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe noch keinen Plan, wie es weitergeht tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber, welchen Spielen und wie auch immer, weiß ich noch nicht. Ja, das war heute eine relativ kurze Folge von Chalupi. Wahrscheinlich. So zwei, drei Minuten wieder. Eieiei. Naja. Auf jeden Fall war es das. Folgen haben wir immer sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr werdet weiterhin dabei sein. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und, dann würde ich leider schon wieder sagen, das war es mit Chalupi. Für. Erstes. Ich habe auch gesehen, es gibt einen zweiten Teil. Aber, ich weiß es nicht. Ne, auf jeden Fall war es es jetzt erstmal mit Chalupi. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.